Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Äh, falsches Lied! Was genau, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Weihnachten und das heißt Bescherung für... Mich! Nein, für alle! Bescherung für alle, die sieht schon aus wie der Weihnachtsmann. Und wir haben hier eine Menge Geschenke. Und wir wollen die natürlich mit euch zusammen auspacken. Laura, du bist, glaube ich, das erste Mal in meinem Video. Das kann sein. Oh, Mann! Du kriegst heute auch eine wichtige Rolle. Denn Izzy und ich gucken, wer als erstes auspacken darf. Wir machen nämlich einen Turntrick. Und du darfst entscheiden, wer ihn besser gemacht hat. Let's go! Ich hab einen Joker! Nein! Keiner hat Joker, komm! Okay. So, Izzy, ich mach jetzt einen Trick vor. Und du musst den gleichen Trick machen. Wer den schöner gemacht hat, darf als erstes auspacken. Und Laura entscheidet. Let's go! Los! Oh! Nein! Also bin ich gespannt. Oh nein, ich hab's jetzt einfach nicht geschafft. Nein! Das war wirklich gut! Los! Ich stehe wenigstens. Das ist ja nicht so. Weil, waren krass. War meiner bisschen höher. Aber ich glaub, die macht man ein bisschen. Also ganz knapp, ganz knapp kriegt die mal den Punkt. Ganz knapp, Leute. Also erstes auspacken. Ja, okay. Los! Komm, let's go! Aber bevor wir unsere Geschenke auspacken, haben wir tatsächlich noch ein Geschenk bekommen, Leute. Von... Movie Park! Okay. Izzy, du darfst das auch machen. Du hast die Ehre, es auch zu machen. Ich weiß noch keiner, was da drin ist. Ich weiß noch keiner, was da drin ist. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, Alter. In ein Brett. Oh. Ein Bettspiel. Ein Adventskalender. Ist es meiner? Oha! Ey, wie cool! Kannst du vorlesen? Lieber Jascha, lieber Dima, liebe Isabel. Ich wollte mich noch einmal bei euch für die unkomplizierte, filmreife und lustige Kooperation mit euch bedanken. Ihr seid somit auf der Liste meiner Lieblingsinfluencer gelandet. Ich freu mich auf zukünftige Aktion...Action? Aktion? Aktion! Aktion und Drehs von euch und hoffe, ihr könnt den da sonst Kalender irgendwie im Büro teilen. Cool! Mega cool! Dankeschön! Wuuuh! Guck mal, wie cool der aussieht. Der ist echt cool. Echt schön. Du weißt, ist Isabel hier drauf? Oder Laura? Was? Welchen haben wir euch noch? 24. Weihnachten. Ach ja, oh. Wir können ja jetzt nicht den ganzen Kalender öffnen. Ja, das müssen wir aber. Okay, machen wir später. Wir teilen ja mit den anderen. Genau. Die anderen kriegen auch was. Ja. Okay, Laura fängt an. Welches willst du sozialerfahren gehen? Oha, darf ich sogar aussuchen? Okay, ich will erstmal die, weil die sehen so ähnlich alle aus. Aber davon sind nur zwei für dich. Oha! So ist das also. Ich glaube, die beiden. Ich weiß ja, ich hätte sie beschriften sollen. Okay, warte mal. Also du hast dir auf jeden Fall schon mal Mühe beim Verpacken gegeben? Ich hab noch nie so schönen Hinschein kriegen. Oha! Tada! Wir müssen uns teilen. Doppel Chicken Burger. Warte, warte. Ich muss noch mal einen aufmachen. Ich glaube, das ist jetzt was anderes. Chicken Burger. Scheiße! Hier denn das? Das ist der Cheeseburger. Wie gehört der? Also die anderen waren eigentlich für easy. Ich hab wirklich Hunger. Ich beiß das schon mal rein, oder? Hier ist noch einer, aber das ist deiner. Okay, cool. Und einer von denen gehört auch hier. Und einer ist für den Kameramann. Immer wenn ich komm, ich bring immer Essen. Immer. Das macht sie wirklich. Machen mit meinem weiter. Was willst du zuerst haben? Das hier. Boah, ist das schwer. Was ist das? Alter. Mach auf! Das ist mein Lieblingsgetränk. Hey, was ist das? Oha! Das ist so lecker. Heute gibt's richtig Essen, Alter. Ich hab mich auf Weihnachten eingestellt. Heute gibt's Festessen. Seht unser Kanal auch noch Werbefläche. Lecker, ne? Wirklich krass. Ich schwöre, das wäre geil. Hier. Okay. Das ist das nächste. Ich tue mir leid, dass ich es nicht so gut einpacken kann. Auch ein Getränk. Aber ich kann doch jetzt nicht alle Getränke trinken. Nein, das kannst du wirklich nicht trinken. Oha! Okay, okay. Das ist auch geil. Zero Sugar. Das probier ich gleich. Okay, lass hier. Was ist das für ein kleines Wieseschenk? Ich hab dir gerade meine Lieblingssachen gegeben. Es geht heute nur Essen. Es geht heute nur Essen. Juhu. Danke schön. Bitte schön. Willst du noch nicht fertig sein? Noch mehr Essen? Nein, nein. Noch mehr Essen. Und nochmal. Heute gibt's nur Essen. Ich wusste, ich hab alle Essen dabei gemacht. Ich dachte nur, ich werd die mit Essen dabei sein. Tadaa! Juhu. Ey, ich schwöre, ich feier die. Wir müssen auf jeden Fall jetzt einen kranken Filmeabend oder so machen. Wo wir alles futtern können. Jascha, ich glaub, du hast auch noch ein Geschenk für mich oder nicht? Kommt jetzt. Vorher muss Laura auch noch eins auspacken. Ich sag auch mal zu meinen Gästen, ich glaub, du hast noch ein Geschenk für mich. Ja, natürlich. Hallo? Ich krieg ein Geschenk? Du kriegst auch ein Geschenk. Ein ganz kleines, winziges. Womit hab ich das verdient. Ist das was zu essen? Oh mein Gott! Die coolste Kleidung ever! Wow! Juhu! Hä? Habe ich das nicht schon? Nein. 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 Nein, nein. So, Dima, ich hab auch noch ein Geschenk für dich. Okay. Und das ist kein Essen. Wie? Ich hab mir nur Essen gewünscht heute. Jascha, hast du mich ordentlich zugehört? Du hast doch gerade gesagt, Filmeabend. Und jetzt hab ich hier eine Minute 31 Filme. Und 37 Millisekunden. Wir haben mich gespannt. Und, let's go! Das ist nix. Das ist das Haus des Geldes. Weltweit berühmt. Weiß doch jeder, dass das weltweit berühmt ist, oder? Ja. Jascha, was ist das? Ist doch kein Geschenk. Hä? Entzeltes. Ja. Das hab ich schon gesehen. Da hat es noch so eine Minute. Das ist doch was. Entschuldigung. Ja. Das will ich schon. Aber du fühlst mal nicht. Hahahaha. Hör! 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 Ich weiß es nicht. Hör! 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 I'm a anxiety. Er hat's nicht. Hehehe! Von Arturo Alter, das ist krass Das ist Fake, oder nicht? Das ist echt? Oh mein Gott Was ist das denn? Alter, wie geil Alter, krass Das ist richtig geil Als Sven Hä? Geistes, Junge Was ist das denn für ein Geschenk? Krass Junge ist Sven Und jetzt öffnet Isi ihre Geschenke Du musst aufpassen, dass auf jeden Fall zerbrechlich Könnte was zerbrechliches drin sein Hä? Musst du jetzt auf jeden Fall aufpassen Geht halt ehrlich zu mir Was ist das? Du Tate Ey, ich hab eins Alter, fein Ah!